Hallo mein lieber Freund, denke ich, dass es noch etwas für Jünger wäre, wenn wir eine Schölle Probe geschrieben haben, wie heute ein paar Mal nicht unterrichtet haben, wenn wir da regnen, wie uns unterrichtet werden, weil wir regnen sollen, wenn wir reich schreiben, wenn wir einmal die Lehrer sagen, ist es so weit, wo wir Probe schreiben. Wir gehen noch einmal ein paar Dollar Geld lernen und Geld verbereiten. Und dann wollen wir Probe schreiben. Und wenn der Dach ist, wo wir Probe schreiben, dann wird es meistens, das kann ich mich noch erinnern, dann wird es meistens so ein Sterl in der Schelle. Du hast mein Recht, dann darf ich nicht verteilt, ganz schnell sein und dort abschreiben, was die, was violiert hat. Die Frau beantwortet, was uns gestalt worden wäre, ob er heute wie, in den paar Monaten heute wie ein sehr kleines Unrecht hat, dort wird er nicht eine Schölle recht beantwortet haben. Es steht nicht ein sehr kleines Bild, von uns als Kinder Gottes. Und ich denke dort wie an Adam und Eva. Irgendwie auch ein Recht wurde, von Gott selbst. Gott hat gesagt, von wem die Bäume sie ehrten dürfen, aber heute hat er ganz klar gesagt, von wem sie nicht ehrten dürfen. Und dort wird mir bloß einer, wo sie nicht von der Erde dürfen. Und aus der Schlange dann scheuen wir Eva versichert heute. Dort wird eine Probe-Tit für Eva und ein kleines Bild und auch für Adam. Aber in dieser Zeit, wo die Probe-Tit wird, wird Gott stellen. Gott hat vorher unrecht. Und er hat gesagt, dass er Gott lehrt für die Probe-Tit. Aber während die Probe schrieb heute, dann sieht er nicht, wo die Rechte und wird getan, wie er sterben. Gott, wir sterben. aus Eva, wo er mit der Schlange redet. Und auch aus Eva, Adam, wo er bei der Schlange redet. Dann wird Gott stellen. Nur her, dann red Gott weiter. Aber dann wird sie alle in den Sinn neu fallen. Und dort merken wir denken an Noah. Gott deut ihm unsere Rechte. Gott, wir sind Lehrer. Und Gott sieht, was er denn soll. Und diesmal an. Dei bestünde Probe-Geld. Dei wie ihr Hursang. Und dei die Doet, was Gott von ihm haben will. Heute bildet die große Schöpfe im Geläufe an dem Leben, den Gott der Gott Himmel in ihr gemerkt hat. Und dort wird heute in seiner ganzen Familie und noch sehr viele Tiere und viel gerät. Und dort wie ihr Hursang. Heute bestand diese Probe. Wieder denke ich an Jona. Gott deut ihm an unsere Rechte. Und Gott sieht, dass er nie in den Weg geht. Und dass er nicht in den Menschen sein soll. Dort wird er unsere Rechte. Und was soll ich da? Was fing ich da? Dort Jona kriegt und geht in seine Rechte. Und ich klebt es. Für das, was er denn soll. Und werde ich hier wohl für Gott durchgehen. Aber so hat er niemals geschaut. Gott ist allgegenwärtig. Und bei dieser Zeit, wo er ich klebe, von Gott wach heran, wird Gott sterben. Dort wird die Probe-Tit fahren. Während er ein Männchen schmiert, während der Fischung abschluckt, wird Gott wird sterben. Und er hat die Brache in dem Fischung. Und er hat die Buße. Und er hat die Schrechenwärtigkeit. Und Gott, dass sie so was ein Blitz und Wunder, dass er da überlebt hat. Und Gott schreibt ihm, längt dem Fischung erkontet, und Jona ist später. Und dann wird Jona gehorsam. Dann scheint der zweite Abtrag. Jona, du ist aus, nenn ich nicht weg ohne. Und du bist aus, in meinem Befehl, der ich führ. Und dann wird Jona gehorsam. Matthäus, Kapitel 28 von 18 und wieder. Aber ich habe schon egal. Und es ist einuri Recht für uns. Es wird Gottes das Wort von der Erde gemacht. Und ich schickt Gottes, wie dieser Abtrag wird, das ich führ. Und wir fangen sogar im ölen Testament zu sagen, Gott sei ja klar, verloh die ab dem Haaren mit den ganzen Horten, verloh die nicht ab dem Verstand, aber denke an, Amen, all die weh, und heu Gott die Reich für. Und heu sagt auch, auf eine steht, verflucht als Dämon wird sich ab Menschen verlassen, aber jesehend als Dämon wird sich ab dem Haaren verlassen, sind nicht kommen diese Prüfungstide in unserem Leben, wo wir Probe schrieben werden, uns ist vorher ungerecht worden, und uns ist euer klar ungerecht worden, wie es wieder gut Gott das Bad von der Ouschen Dach haben, und nicht kommen diese Prüfungstide, wo wir gehen werden, wenn es nicht darauf ankommt. Die letzten drei Jahre waren für die ganze Welt eine besondere Prüfungstide. Däse Plan dem hier, wo Gott herlote, da wird in dieser Welt nennen, und wo global da geführt wird, dort wird eine Probe Tide für die Gemeinde Jesu Christi. Ich will dann auch nicht sagen für die Welt, wenn Paulus sagt, wo können wir die Antwort mit der Gemeinde senden. Hast du nicht genug, was wir in der Gemeinde däunig haben, und wo wir verantwortet werden, dann sag ich dir sogar, durch den ersten Korinther Kapitel 5, sag ich dir sogar, der wird die Bitte sein, der wird Gott sich mitbeuten, der wird Gott rechnen, über den bösen Mensch in der Gemeinde, der sagt, dass er die Rütze hat. Das ist klar, er redt Paulus da. Das ist die Gemeinde in Korinther. Also ich redet die Gemeinde, ich redet die Gemeinde, ich redet die König Gottes. Das sagte auch in Timotheus, dass der letzte Tide waren viele, viele vom Gleide, auf Paulus. Und er waren dort dort ein Jahr in der Läufe, der Läufe, der Läufe, der Läufe, der Läufe, 1. 2. 3. 4. 5. 4. 5. 6. 5. 8. 7. 11. 10. 10. 11. 11. Ganz hundert Prozent hat jene gesagt, was die Bibel sei. Die Bibel sagt, verloh die ab dem Harn, mit dem ganzen Tod. Und verloh die nicht ab dem Verstand. Denk an Amen, all die Gewehen, wie Gott die Reich führte. Verflucht ist der Mensch, was sich auf Menschen verlassen hat. Und gesehen ist der Dämon, was sich auf dem Harn verlassen hat. Leib ihr Schwester, dort wird Engel waren, dort wird Schwander waren. Und weißt du was? Ich glaube, auf manche Städte wird Gott stellte an. Und er wird Tjeck, wie waren meine Kinder sich in diese düstere Welt verheulen? Was waren wir denn, wenn wir in der nächsten Zeit waren, ganz scharf konfrontiert waren mit dem Hohltätchen? Mit dem Namen Sass, Sass, Sass. Was waren wir als Kolonie denn? Weil in einer Kolonie, da haben wir viele, viele Gemeindeglieder waren. Ich würde sogar ein Läufer dem Mischte. Doch wenn wir in der nächsten Zeit waren, wie es die Mischte war, die Bärme sind, so viel ist, dass es weitergeht. Säme Christen in der Seele an die Christen. Was war wie aus Schwäge denn? Was war wieder mit Angonen? Na, was, du läufst dir doch. Wie war die Färche, was ich noch mal war? Du war ja nicht von seinem. Dann ist meine Frau, wer wird das aber sagen, wann das Dach mit einem Wort ist, dort sagen, dass wir die Waren ankommen, diese Schwäge Tide. Ich weiß, dass du Sankt, mei, das eigene Ud-Lehm zu erwerben. Aber wer wird das sagen, wann die Entdeckung mit einem Wort passieren, wann die Trübsalztied erst immer alle ist, wann die Schwäge Tide erst durch ist, soll wieder ankommen in diese Schwäge Tide, in diese grässlich Schwäge Tide. Wie es Jesus sagt sogar, wann diese Däuer nicht würde verkördert worden, da würde kein Mensch säulich worden. Und dort verstehe ich auch mal so, dass wir Kuma aus Schräste aus dem König Gottes in diese Schwäge Tide nehmen. In diese Probe Tide, wo wir uns bewähren, wo wir uns an Gott hören, und im Leben gehen Gott über den Himmel und ihr gemerkt haben, dass mehr und alles, was dort werden ist, wo wir fast und überzeugt, an seine hohen Verwärtskungen und Frucht bringen für den Himmel, Gott hat gerät. Gott rät uns, dass sie gut. Wie stehen wir und wie sind wir in einer Probezeit? Warten wir in dieser Probezeit? Wer benehmen wir uns? Nehmen wir uns auch genug Zeit, um mit Gott Gemeinschaft zu haben? Um in einer öppene Beziehung mit ihm zu leben? Um Frucht zu bringen für den Himmel? Er ist uns, dass wir uns alle gelegt haben, als ich ganz gereich bin, dass wir sehr überdacht haben, dass wirtschaftliche, dass das geästliche Chine in Rümbi anzufangen hat. Ich persönlich nicht geläubt hat. Diese Zeit, was uns befürchtet, wo wir nennige Gune sind, wo wir nennige Allt sind, in dieser Probezeit, da wird Gott schweigen. Der wird schnell sein. Und er wird checken. So ist er in den letzten drei Jahren checken. Wo tät meine Gemeinde? Wer geht er mit diesem Plan der Mietheit an? Wer geht er mit den Masken an? Wer geht er mit der Impfung an? Wer geht er mit dem anderen besuchen? Wer geht er mit dem, wenn alle Menschen ganz allein geladen wurden? Und er wird ganz allein für sich sterben, wenn es sozusagen gefährlich wird, wo wir nennen gehen, die haben so einen schocken Virus, so einen gefährlichen Virus, wer geht meine, meine, meine Gemeinde, die wird an. Gott wird schnell und heute checken. Und ich glaube, dass das jetzt. Das wird auf uns teilen. Gott wird schnell sein und er wird checken. Jetzt ist meine Frau, hast du geartiget? Hast du Gläubenswagel, wo du in dem Herrn Jesus Christus nennen redest? Kriegt denn dein Wort euch hin? Ich war stunden, ich höre mich an Gott. Und wann ich verfolgt wurde, wann ich angestabt wurde, wann dort an den durchwählen geht, dass ich an Jesus Christus gläubig bin, und dass ich mich in Gläubig nicht abgehe, wann ich durchwählen im Gefängnis nennen komme, dann erst mich dort und denke, wann ich angestabt wurde. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern. Dort sind nach meinem Vorjahr drei, als ich jetzt sein musste, dass ich mich angeregt wurde, wie ich es an sich heute aufhabe. Und als ich dann auf dem Wasch nur haben will, wo ich mich verahnt wurde, muss, fährt im Fiskal, dann weiß ich, was von der Freude ich hier im Ort hat, bin vorne, ich bin ganz alleine vor dich. Ich muss bin 25 Kilometer vorne. Und ich habe Gott gedankt dafür. Ich bin bereit, an Jesus'n Gehnen zu leben, zu leben. Das ging nicht für Menschen. Ich verloh mich nicht auf Menschen. Ich verloh mich auf meinem König im Himmel. Ich will die Meldung merken. Wir leben eine ganz besondere Zeit. Wir sind in dieser Probezeit angekommen. Wollt ihr die Bewehren in dieser Probezeit? Oder was du versahe? Oder hast du all versahe? Dann merkt die ab. Stuh ab. Und sei bekannt Christus dort. Und brach er am genut. Und sei, Fuder, ich brauche Kraft. Und heute sagt er, es berät die Jewe, jedem Einzelnen, werde du damit dich freude. Ich brauche Kraft. Ich will derche heulen in dieser Probezeit. Ich will mich an die und an die Wut heulen. Ich will nicht abgeben. Ich will nicht versahen. Ich will nicht von die Wege heranen. Ich will gehörsam der Scham verbotten ein. Worum? Ich will sich noch mal bei dir vor dem Himmel. Vor allem bei dir im Himmel sein will. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Du lebe nicht mehr her. Wo Christus lebt an mich. Und da wird ich nie leben, im Fleisch. Das lebe ich im Glauben, an den Sehen Gottes. Das, was mir lebt, hat und was sein Leben für mich geeft. Und da lebe ich mich. Und da, wo ich denke, und da, wo ich folge, mein Leben lang, was mein Leben hier aufschlitt, und ich dann wo Ewel gewöhnen, um für alle wie Christus zu sein. Mochte her, sie wird an die Sehne. Amen.